Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Google Pixel 8a ausschalten könnt. Ich denke, ihr habt es schon bemerkt, wenn man die Ein- und Austaste länger gedrückt hält, kommt der Google Assistant. Aber wie schaltet man das Telefon aus? Dafür brauchen wir neben der Ein- und Austaste auch die Lautertaste. Und wenn wir diese beiden Tasten jetzt zusammen klicken, dann kommt das Ausschaltenmenü. Dann nochmal auf Ausschalten bestätigen und das Telefon fährt herunter. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, um das Telefon auszuschalten. Dafür scrollen wir herunter, scrollen nochmal herunter und dann haben wir auch hier das Ausschalten-Symbol. Wenn wir da anklicken, dann haben wir das Ausschaltenmenü, nochmal auf Ausschalten klicken und das Telefon schaltet sich aus. Aber es gibt eine Möglichkeit, diese Ein- und Austaste hier auch als echte Ein- und Austaste zu belegen. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Dafür scrollen wir hier mal runter, scrollen nochmal runter und dann haben wir das Symbol für die Einstellung. Klicken wir mal drauf. So, jetzt müssen wir runter zu dem Punkt System. Hier ist es. Und jetzt müssen wir nach dem Punkt gucken, Gesten und Bewegungen. Am Ende der Liste haben wir jetzt den Punkt Ein- und Austaste gedrückt halten. Okay, jetzt kann man entscheiden, was passieren soll, wenn wir die Ein- und Austaste gedrückt halten. Aktuell wecken wir ja den digitalen Assistenten, also den Google-Assistenten auf. Wir wollen aber in der Zukunft das Ein- und Austaste-Menü haben. Schauen wir mal an. Und das bedeutet, wann immer wir die Ein- und Austaste jetzt länger gedrückt halten, kommt sofort eben das Ausschalten-Menü. Und wenn wir jetzt auf Ausschalten klicken, schaltet sich das Telefon aus. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und die Frage beantworten. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen netten Kommentar da lassen oder auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank, ist eine Riesenunterstützung für meine Videos. Und ja, ansonsten habe ich noch ein paar andere Videos gemacht, wenn ihr das hier seid, mit ein paar mehr Tipps und Tricks und so weiter und so fort. Oder ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao!